so liebe freunde damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen folge transportfever yo sehr schön ich habe mir heute überlegt dass wir hier diese baumaterialienfabrik anschließen und zwar möchte das ganze mit dem zug machen das hier wenn wir mit dem lkw machen aber den rest also ich möchte auf jeden fall schwätzingen und hier unten schauen stein anschließen je nachdem vielleicht schließen wir hier rechts auch noch schwarz heide an das weiß ich noch nicht aber vorerst mal machen wir hier diese straße neu denn wir legen uns die straße natürlich so dass die für uns profitabel ist und das wäre in diesem fall so aber mit ein bisschen kurve kann schon sein die hat nur 16 machen wir gleich die große hin machen wir hier auch gleich so hier machen wir das gleiche einmal weg einmal hier weg und dann sozusagen hier rüber das sieht ja grauenhaft aus also da muss urban games noch deutlich nachbessern was das automatische setzen und anpassen der höhen angeht so hier wollen wir aufnehmen das heißt wir setzen hier mal im grunde könnte mir das schöne teil hier einsetzen probieren wir mal so wunderbar hier hinten reicht ja eine eine ganz normale haltestelle aber davor möchte ich noch gerne den bahnhof dahin setzen und der soll der soll auf jeden fall am liebsten würde ich da gerne durchgangs bahnhof machen der zweite straßenanschluss 4 280 meter jetzt mal schauen wie wir das am besten anschließen dann würde ich den jetzt einfach mal hier reinsetzen und würde jetzt mal ganz frech eine straße dahin verbinden genau es ist aber ein bisschen blöd weil dann werden die lkws aufgehalten oder wir lassen die schon vor vor dem bahnübergang erhalten das können wir natürlich auch machen aber dann möchte ich hier gerne den hier mal haben mit 4 so was jetzt spiel abgestürzt bis gleich so jetzt habe ich das grob wieder hergestellt ich habe jetzt hier einfach einen anderen bahnhof genommen so ich ziehe jetzt einfach mal die gleise hier raus in die richtung wo wir es etwa hin haben wollen so hier wollen wir nämlich 80 haben und wenn wir das noch ein Stückchen weiter ziehen fangen wir mal bis hier hier eine kollision das ist sicherlich keine 80er reizung hier mhm okay dann lassen wir das normal rein führen und machen halt da hinten nochmal eine x-weiche rein jetzt habe ich gedacht jetzt können wir hier schön die doppelkreuzweiche einsetzen aber dann war es doch nichts so 80 dann bauen wir hier einmal die Straße okay ich brauche aber ich brauche da ein bisschen Abstand sagen wir mal so damit wir die Signale noch platzieren können was ist das denn damit wir die Bahnhofssignale noch platzieren können so was haben wir hier machen wir den hier hin so jetzt müssen wir schauen dass das hier passt dass der Bahnhof hier noch angeschlossen ist das ist sehr schön so das müssen wir noch ein bisschen angleichen okay wie machen wir es jetzt hier ich möchte wie gesagt ungern ungern die Züge über den Bahnübergang fahren lassen deshalb würde ich die Haltestelle jetzt einfach mal hier hinsetzen und würde dann von hier nach hier würde ich dann sozusagen die Steinlinie machen das wäre dann Steinschwetzingen so wo haben wir hier das Industriegebiet ziemlich weit vorne okay dann bauen wir hier einen kleinen Güterbahnhof Moment 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 3 machen wir mal 280 der ist leicht gekrümmt das ist in die falsche Richtung das ist aber stark das ist aber stark okay dann machen wir es mal soo okay das reicht nicht ganz okay das reicht nicht ganz da haben wir dann eine Kollision warum auch immer okay da hätten wir aber immer noch 131 so kommen wir hier auch mit 80 ab gut arg weit zu fahren hat er es ja nicht unbedingt komm wir setzen das ein Stückchen weiter noch nach hinten vielleicht so in etwa hier das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus so dann hier wieder mit 80 Moment 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 hier 80 und dann gehen wir jetzt sozusagen hier weiter können wir das erst mit einem kleinen Bahndamm machen warum auch nicht kommen wir mit 80 wieder rein so so jetzt müssen wir schauen hier unten da würde ich am besten das hier mal abreißen und würde hier auf der würde das auf die andere Seite verlegen aber sogar schon als großes und dann könnten wir nämlich hier einen Kopfbahnhof rein machen dann können wir gegründet machen dann machen wir einfach mal soo dann machen wir einfach mal soo dann haben wir hier unsere weg mit dem Bahnübergang können wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen so machen wir hier ja machen wir mal 100 Weichen rein die Signale die Signale die Signale Brücke aber hier nehmen wir einfach wieder diese Standard-Teile hin so wie würde es denn aussehen wenn wir es von hier nach hier verbinden würden Okay, ich hätte jetzt vielleicht erst mal gesagt, dass wir hier ein Stückchen hochgehen. So, und dann mal verbinden. Grauenhaft. Einfach nur furchtbar. Jetzt ziehen wir jetzt einfach die Straße darüber, das ist mir jetzt auch egal. Spiel, was machst du da? Jetzt brauchen wir noch ein paar Signale zwischendrin. Nehmen wir jetzt einfach mal den als Abstandshalter. So. Einmal hier. Einmal da. Ich weiß es sind jetzt keine Einfahrsignale. Aber ist es auch mal egal. Jetzt brauchen wir die Bahnhof-Ausfahrsignale. Einmal hier. Einmal da, da. Hier immer Freifahrt. Und hier im Grunde auch. Dann machen wir das wieder weg, weil die stehen da so blöd hinter dem Masten. So. Dann haben wir hier noch das 80er. So. Dann hätten wir hier unsere Zuglinie. Okay. So. Sehr schön. So. Das ist jetzt die Linie. Eine Baumaterialien. Schwetzingen. Schauen. Schwö und Ciao. So. Da kommt ein Depotleinchen hin. So. Haben wir alles angeschlossen? Nein. Nein. Haben wir nicht. So. Jetzt haben wir alles. Hier müssen wir noch kurz angleichen. Hupser. So. Jetzt brauchen wir einen Zug für Baumaterialien. Kohle, Eisenherz, Stein, Schlacke. Baumaterialien. Ich glaube das hier war. Oder. Nee. Der nicht. Der auch nicht. Sonst keiner. Nein. Okay. Müssen wir ja wohl den hier nehmen für Baumaterialien. hier fast 18. Nehmen wir mal 5. Und eine schöne Ludmilla. da. Würde ich sagen. Und dann lassen wir das ganze mal fahren. sehr schön. Sehr schön. So. Hier bräuchten wir noch LKWs, bevor wir es ganz vergessen. So. Die müssen uns Stein liefern. stein, 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 stein. Sie. Sie.